Ja liebe YouTube-Freunde, wo ist da der Bauer aus dem Messerli in Kaufdorf? Ich will da einen Renault, äh einen Citra Berlingo anschauen. Das ist der Berlingo, der sich da für meinen Betrieb eignen würde. Jawohl. Che Che Guevara. Der Bauerhaus ist jetzt ein Marxist geworden. Man sitzt am Auto. Dieser Citra ist jetzt mein Betriebsfahrzeug für die nächsten zwei Jahre, hoffe ich. Mit Ladeflächen. Keine Sitze mehr hinten, sondern nur Ladeflächen. Auch das blendet da. Die Belichtung ist schwierig. Er ist viel besser. Kann ich viel besser Sachen transportieren. Auch speziell für Kellerbar Getränke holen. Mit einer Ebenenfläche ist das viel besser. Ja wollen wir mal schauen. Ihr werdet erfahren, wenn der nicht mehr gut läuft. Ist allerdings auch kein Allrand mehr. Auf diesen Vorzug muss ich verzichten, wenn ich über Feld fahre. Normalen Frontantrieb. Ja, liebe Jutta-Freunde, Kürtiswagen auch aufgefüllt. Morgen haben wir keine Zeit. Wir wollen Kartoffeln roben von 8 bis 12 Uhr mittags. Darum haben wir jetzt bereits heute Abend alles aufgefüllt. Ja und jetzt fahre ich mit dem Che Guevara nach Hause. Mein Che Guevara. Ja. 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 Ne. Ja. 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 Ne.